Augenblicklichkeit heißt, dass man wieder Regentropfen nur diesen einen Moment hat, bevor man aufklatscht. Kapitalismus ist nichts anderes als Darwinismus, Heraklitorismus, Akkumulation, Krise, der Zusammenbruch der Welle, das Zerschellen des Regentropfens im Ereignishorizont, der Kollaps, die Partikularisierung, die Verschmelzung der Partikel und dann wieder Neutransformation. Aber was verkannt wird, der Prozess insgesamt hört nie auf, das einzelne Partikel, das einzige Partikel, das eine gegenüber das viele ist und bleibt Einzigartigkeit, löscht sich aus dabei. Der Augenblick, die Zeitlichkeit, der Schnitt, die Zeitigkeit, man hat nur diese eine Chance und die wird vergessen, bis man aufwacht im Albtraum.